Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Part unseres Building Managers. Im letzten Part haben wir ja bereits die UI fertig gemacht, unser ganzes Projekt vorbereitet für Part 2 und deswegen starten wir jetzt direkt weiter, denn in diesem Part werden wir dafür sorgen, dass wir auch wirklich mit den Teilen interagieren können und auch Gebäude platzieren können. Viel Spaß! So, wir befinden uns natürlich jetzt in Unity und ich zeige nochmal ganz kurz, was wir im letzten Part gemacht hatten. Wir hatten ja hier den Building Manager schon fertig vorbereitet und unsere ganzen Buttons für unsere jeweiligen Gebäude schon eigentlich soweit fertig gemacht. Deswegen können wir jetzt in diesem Part mit dem Building Slot Component anfangen und ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt auch direkt im Visual Studio mal öffnen und uns mal ein wenig Code hier reinbringen. Ich zoome euch das Ganze hier wieder ran, dass ihr das alles besser lesen könnt. Das nehmen wir hier mal raus und anfangen tun wir mit einer PublicBool Variable. Einfach PublicBool, wir nennen das Ganze jetzt mal SlotIsFree. Damit checken wir einfach, ob auf dem Teil ein Gebäude steht oder ob es noch frei ist. Ist auch nicht verkehrt, das Ganze CurrentBilding zu speichern, also welches Gebäude aktuell steht. Deswegen machen wir hier nochmal PublicGameObject CurrentBilding. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine kleine Referenz zu unserem BildingMenuController. Deswegen erstellen wir hier noch eine Private Variable. Wir nennen das Ganze BildingMenu. Und dann machen wir mal eine PrivateVoid Start Function. Und hier assignen wir erstmal, ja erstmal machen wir SlotIsFreeIsEqualToTrue. Also von Anfang an ist der Slot immer, wenn wir ein neues Spiel starten, true. Also frei. Und das BildingMenu, da machen wir ein ganz einfaches. FindObjectOfTypeBildingMenuController. Jetzt könnten wir, um mit den Teilen zu interagieren, einen Raycast benutzen. Wir werden uns das Ganze aber noch einfacher machen. Und werden ein OnMouseOver, also OnMouseOver Function von Unity direkt verwenden. Deshalb haben wir auch übrigens die Collider auf den Gebäuden gelassen, damit das Ganze auch super funktioniert. Also machen wir einfach mal PrivateVoid OnMouseOver. Ich werde das Ganze hier nochmal auskommandieren, denn wir werden hier noch einen kleinen Check mit reinbringen. Nämlich, ob wir über eine UI havern mit der Maus oder ob es wirklich unser Teil ist. Denn sonst würde das später Probleme geben für uns, wenn wir zum Beispiel ein BildingMenu offen haben. Und auf einen Button klicken davon. Dann kann es sein, dass sich der Button dahinter, also hinter dem Button befindet sich ein anderes Teil. Und wir würden dann das BildingMenu von diesem Teil öffnen. Aber das werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Deswegen kommandiere ich das hier mal aus. Checkt, ob unsere Maus über diesen GameObjekt ist und nicht eine UI im Weg ist. Ganz einfach. Dann werden wir checken, ob wir die linke Maustaste, die werden wir jetzt mal dafür verwenden, ob wir die drücken, also if Input.getMouseButtonDown. Und dann verwendet ihr hier die Zahl 0, das steht nämlich für die linke Maustaste. Und not, also nicht EventSystem. Und jetzt fehlt uns hier ein kleiner Namespace hier oben. Deswegen gehen wir mal hier ganz nach oben und machen using UnityEngine.EventSystems. Erst dann können wir nämlich das EventSystem hier unten verwenden. Und hier fragen wir dann zum Beispiel einfach ab nach Point, äh Current, dot isPointerOverGameObject. Damit checken wir, ob wir über ein UI-Objekt oder ein anderes Event-Objekt halt drüber hovern. Und dann fragen wir hier noch, ob der Slot auch wirklich frei ist. So, dann machen wir die Brackets auf. Ich zoome nochmal kurz raus, dass ihr das alles besser sehen könnt. Und dann werden wir hier einfach unser BindingMenu auf Active setzen, beziehungsweise unser Canvas. Deswegen müssen wir hier auf das erste Chit gleich zurückgreifen. Deswegen einfach BindingMenu, dot Transform, dot GetChart 0, also unser allererster Chit in der Position. 0 ist immer der erste. Dot GameObject, dot SetActive, true. Und damit ist natürlich, ich lasse das ganz kurz Compile hier, denn unser BindingMenu ist ja hier drauf und das erste Chit, also 0, das ist ja unser Canvas. Und dieses werden wir aktivaten. Deswegen werden wir das jetzt auch natürlich als Default auf Forts setzen. Deswegen einfach hier in der Hierarchy mal ausstellen, denn das machen wir ja jetzt über unseren Code. Gut, deswegen springen wir jetzt natürlich direkt wieder zurück zu Visual Studio. Und das nächste, was wir machen werden, ist BindingMenu, dot Transform, dot Parent. Wir setzen nämlich jetzt den Parent zu dem aktuellen Teil, also this, dot Transform. Ihr könnt auch nur Transform schreiben, ich mache das jetzt bloß, damit es einfach besser aussieht und man es leichter versteht. Dann noch BindingMenu, dot Transform, dot Position, ist equal to this, dot Transform, dot Position. Das müssen wir auch machen, weil wir ja ein WorldSpace Canvas verwenden, dass das auch wirklich an der richtigen Position ist. Gut, das war es eigentlich schon. Ich gehe mal zurück in Unity, lasse das Ganze hier nochmal Compile. Und wenn wir dann Play drücken und mal versuchen mit unseren Teilen zu interagieren, werdet ihr feststellen, dass wir das schon geschafft haben. Denn ihr könnt jetzt hier einfach draufklicken und euer BindingMenu öffnet sich. Und hier oben in der Hierarchie könnt ihr perfekt erkennen, dass der Parent auch perfekt gesetzt wird. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das BindingMenu öffnet und auf ein anderes Teil klickt, seht ihr, dass es immer noch offen ist. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht möchten. Deswegen springen wir mal ganz kurz hier zurück. Und wir haben im ersten Part eine DisableMenuButtons Function erstellt. Und alles, was wir jetzt nur machen müssen, ist, wieder zurück in den Binding Slot zu gehen und hier einfach BindingMenu.DisableMenuButtons auszuführen. Und wenn wir jetzt zurück in Unity gehen, das Ganze kurz Compile lassen und dann einmal wieder auf Play drücken. Und wenn wir jetzt unser BindingMenu öffnen und ein anderes Teil machen, dann schließt sich das Ganze. Und das sieht schon viel, viel besser aus und ist einfach schöner, finde ich. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann müsst ihr das einfach rausnehmen, die Zeile. Jetzt ist allerdings noch etwas, was mich persönlich auch ganz groß stört, wahrscheinlich alle jetzt. Ich öffne nochmal kurz hier, also mache nochmal Play. Nämlich ist, dass wir den Button irgendwie überhaupt nicht sehen können. Und wenn da jetzt ein Icon wäre, würde das total blöd aussehen. Und da werden wir jetzt was richtig Cooles machen. Nämlich werden wir uns eine kleine Helper-Funktion hier erstellen. Ein neues C-Shop-Script und das Ganze nennen wir UI LookToCamera. Und dieses wunderschöne kleine Helper-Component werden wir jetzt auf unser Canvas-Objekt tun, also unser BindingMenuCanvas. Hier ziehen wir das Ganze mal drauf und öffnen das Ganze in Visual Studio. Und alles, was wir hier jetzt benötigen, ist tatsächlich bloß erstmal eine Reference zu unserer Kamera, also Private Camera MainCam. Dann machen wir hier Private Void Start. Hier suchen wir oder assignen wir unsere Cam, also MainCam equal Camera.main. Ganz, ganz simpel. Und ein Private Void Fixed Update, weil wir müssen das nicht jeden Update, also jeden Frame jetzt unbedingt machen. Deswegen benutzen wir jetzt Fixed Update. Und hier machen wir einfach Transform.LookAt. Transform.Po... Na, was ist schon wieder los mit Visual Studio? Position plus MainCam.Transform.Rotation, also die aktuelle Rotation von unserer Kamera, damit sich das Ganze immer schön mitdreht mit der Kamera. Und dann machen wir das Ganze TimesVector3.Forward. Dann ein Komma. Und hier benutzen wir wieder die MainCam diesmal. Transform.Rotation, also die aktuelle Rotation. TimesVector3.Up. Ich zoome nochmal ein Stückchen raus, um die ganze Zeile nochmal gut lesbar zu machen. Und mehr Code benötigen wir nicht. Deswegen speichern wir das Ganze hier schön ab, gehen zurück in Unity und lassen das Ganze mal ganz kurz compilen. Und wenn wir jetzt Play drücken, dann müsste unser Binding-Menü Canvas, und das tut es, uns angucken. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Kamerascript habt, ich mache das jetzt einfach mal so, ich rotiere jetzt hier mal ein bisschen. Am besten guckt ihr hier links in die Scene, könnt ihr das am besten sehen. Dann seht ihr, dass sich das Icon oder das Canvas-Objekt immer mitbewegt mit eurer GameCamera oder MainCamera. Und das sieht auf jeden Fall schon viel, viel schöner aus. Ich öffne wieder Visual Studio, denn das Einzige, was wir jetzt noch benötigen, ist unsere SetBinding-Function, die wir jetzt sofort schreiben werden. Deswegen einfach mal hier Public, Void. Ganz, ganz wichtig, dass ihr die Public macht. SetBinding. Hier assignt ihr ein GameObject, das nennen wir jetzt mal Binding. Und wir machen mal ein Bool und nennen das Ganze mal UseRandomRotation. Das werde ich euch gleich zeigen. Und das Erste, was wir hier checken müssen, ist, ob unser Slot frei ist. Deswegen machen wir mal IfSlotIsFree. Einmal die Brackets öffnen. Und dann werden wir erstmal die RandomRotation erstellen, also eine Quaternion. RandomRotation ist equal to Quaternion.euler. Klammer auf, newVector3. Und für die x-Variable nehmen wir 0f und wir werden das Ganze auf der y rotieren. Und hier machen wir UnityEngine.random.range, also eine Random-Variable, zwischen 0f bis 360f. Und als SetValue, also nochmal Komma hier, machen wir nochmal 0. So, zumachen. Das war die RandomRotation. Und jetzt müssen wir checken, ob wir die auch nutzen möchten. Also if useRandomRotation. Also wenn der Bool true ist, dann möchten wir die RandomRotation nutzen. Deswegen machen wir hier GameObject. Das Ganze nennen wir jetzt mal Bilding, alles großgeschrieben, gleich Instantiate. Dann machen wir noch eine Klammer auf, assign unser Bilding, also dieses Bilding hier oben, unser GameObject. Dann machen wir this.transform.position, also auf welcher Position. Dann benutzen wir unsere RandomRotation als Rotation und this.transform.parent, also als Parent. So, dann werden wir unsere CurrentBilding hier oben assign, also nutzen wir einfach CurrentBilding is equal to Bilding. Damit wir gleich unser CurrentBilding halt gespeichert haben. So, else, also wenn wir keine RandomRotation nutzen wollen, dann machen wir einfach, kopieren wir uns das hier oben. Und statt der RandomRotation benutzen wir einfach Quaternion.identity. Und als letztes werden wir hier unten natürlich noch den Slot isFree auf Volt setzen, weil hier ja jetzt ein Gebäude steht. Dann wäre es auch noch ziemlich praktisch, das BildingMenu zu resetten, also den Parent wegzumachen. Deswegen machen wir hier PrivateVoid. ResetBildingMenu nennen wir das Ganze jetzt mal. Öffnen wir mal die Brackets und das Ganze machen wir hier oben hin. Also ResetBildingMenu füllen wir hier aus. Und hier packen wir einfach den Code von hier oben rein. Und da werden wir gleich ein bisschen was changen, aber einfach erstmal kopieren. Statt True machen wir jetzt auf Faults. Und den Parent setzen wir auf Null, also dass er wieder kein Parent hat. Und die Position machen wir einfach auf Vector3.0, damit das alles wieder auf 0, 0, 0 ist. Und die DisableMenu Buttons, die brauchen wir auch. Das könnt ihr so stehen lassen. Und wenn wir jetzt zurück in Unity gehen und das Ganze ganz kurz compilen lassen, müssen wir eine kleine Sache noch ändern in unseren Buttons, was wir noch gar nicht gemacht haben, beziehungsweise hinzufügen. Und zwar in unserem House-Button einmal das OnClick-Event. Und einfach BindingMenu hier reinziehen, auf den BindingMenu-Controller und dann BITE House. Diese Functions hatten wir ja im ersten Part geschrieben, wir haben die nur noch nicht hier hinzugefügt. Dasselbe natürlich für die anderen beiden Buttons. Also hier BITE Woodcutter und unter dem Tower-Button unsere Function BITE Tower. Dann gehen wir auch direkt, würde ich sagen, in Visual Studio zurück und öffnen mal unseren BindingMenu-Controller, denn hier haben wir ja unsere Functions. Und hier muss natürlich jetzt auch was passieren, wenn wir das OnClick-Event quasi starten oder auf den Button klicken. Deswegen hier einfach mal GetComponent in Parent, weil wir das Ganze ja sowieso als Parent machen. BindingSlot, SetBinding, die haben wir ja eben geschrieben. Und dann benutzen wir in unserem BindingManager die Components, also die Prefabs. Deswegen machen wir einfach Klammer auf. BindingManager.instance, die haben wir ja auch im ersten Part erstellt. Und jetzt müssen wir natürlich unsere GameObjects hier assignen. Deswegen machen wir hier Punkt, Haus, Komma. Dann machen wir True, also wir möchten die Random Rotation benutzen, die hatten wir ja auch geschrieben. Dann kopieren wir uns das Ganze und ändern einfach hier die Prefabs, also Woodcutter. Hier auch True und zum Testen machen wir jetzt einfach mal bei Tower, machen wir das Ganze Ding hier einfach mal auf Forts. Dann können wir das Ganze speichern und zurück in Unity gehen. Ganz kurz Compile lassen und nach dem Compile dann mal auf Play drücken. Dann müssten wir weiterhin natürlich mit unseren Tides interagieren können, beziehungsweise unser BindingMenü öffnen können. Und wenn wir jetzt ein Button davon drücken, ich weiß jetzt nicht, welches Gebäude das war, dann erscheint unser Gebäude. Und ich werde jetzt mal die anderen Tides hier voll klatschen mit den Gebäuden, damit ihr auch seht, hier die Random Rotation klappt auch. Beim Tower hatten wir es jetzt auf Forts gesetzt, aber sie haben alle so eine gewisse kleine Random Rotation drin, also so eine leichte Schräge halt auf der Y-Value. Ja, das Ganze wird natürlich auch gesaved auf den Tides, also die Current Bindings. Das können wir jetzt nochmal überprüfen hier im Slot. Hier Slot is free, ist Forts und hier ist ein Tower. Und es ist ein Tower, das passt. Und der Woodcutter passt auch. Hier auch ein Tower und hier ist es ein Haus. Und das ist eigentlich auch schon alles und es klappt wunderbar. Eine kleine Sache könnten wir noch hinzufügen, die auch vom Vorteil wäre, denn wenn jetzt zum Beispiel ein BindingMenü hier offen ist, haben wir nicht die Möglichkeit, das Ding zu schließen. Deswegen werden wir hier einmal ganz kurz zu Visual Studio zurückgehen. Unser BindingSlot Component öffnen. Und hier werden wir einfach mal ein Private Void Update reinhauen. Und hier benutzen wir zum Beispiel if Input.getMouseButtonDown. Und hier werden wir jetzt die rechte Maustaste benutzen. Deshalb benutzt ihr die Taste 1. Oder Input.getKeyDown. Hier nehmen wir mal Keycode.escape. Also wenn wir die Escape-Taste drücken. Und alles, was wir hier jetzt nur machen müssen, ist Reset BindingMenü. So, die hatten wir ja auch schon geschrieben, hier unten. Dann können wir das Ganze hier abspeichern und zurück in Unity gehen. Und nachdem wir das Compiled haben, nochmal Play drücken. Und wenn wir jetzt mit einem Teil interagieren, können wir das mit der rechten Maustaste oder der Escape-Taste wieder schließen. Das klappt auch wunderbar und ist ein nettes, nices Feature. Gut, ich werde die Teile hier nochmal vollbauen, damit wir das nochmal bestaunen können. Aber im Großen und Ganzen war es das mit unserem BuildingManager. Wenn ihr allerdings noch Fragen habt, es nicht so ganz genau hingehauen habt bei euch. Oder wir das ganze Ding hier noch weiter erweitern sollen. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo und ein Like sehr freuen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachprogrammieren. Wahrscheinlich habt ihr das aber auch schon gemacht. Dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß damit. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Tutorial-Reihe. Macht es gut, Leute. Ciao. Ciao.